Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Tagesresümee, Tagesabschlussvideo. Ja, meine Güte, das war ein so schöner Tag gestern, richtig unerwartet. Meistens sind ja diese unerwarteten Tage immer die schönsten und die besten. Also am Anfang bin ich ja wieder relativ früh aufgestanden, habt ihr ja gesehen und habe dann versucht, meine Videos, die ich ja jeden Morgen schneide, auch möglichst schnell hinzubekommen, weil der Tag wieder so ein bisschen unsicherer war bezüglich was machen wir, was passiert. Dann schneide ich ja immer relativ konsequent die Geschichten durch, damit ich sie liegen habe. Das hat auch richtig gut geklappt. Ich war früh fertig, habe alles für euch bereitgelegt, wollte dann am Abend noch das Abschlussvideo drehen. Das war das Einzige, was noch ausstand. Und ja, dann habe ich sozusagen Zeit gehabt. Mein Mann kam dann runter. Wir haben gefrühstückt, er ist relativ spät aufgestanden. Und ja, dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Also wie verläuft das Ganze? Und weil meine Tochter braucht das Babybett und noch ein paar andere Geschichten, welches mein Mann ihr dann nach Kiel fahren muss. Und ja, da haben wir dann überlegt, ob ich mitfahre und hatten dann auch gedacht, dass wir Miley dann erstmal zu unseren Bekannten abgeben. Die kennt sie, da ist sie auch sehr gerne. Und dass dann meine Söhne sie vielleicht später holen, weil es wäre Quatsch gewesen, wenn ich mitfahre nach Kiel, was geplant war. Dann wäre ich wahrscheinlich erstmal, bis wir nach Alania fahren, dann zu meinen Söhnen gegangen. So haben wir das Ganze geplant, beziehungsweise uns überlegt. Und so ganz fest stand das auch alles noch nicht. Weil man ist dann erst einmal wieder ins Lager gefahren, um seine Geschichten da zu machen. Und der Zwischenzeit habe ich hier Papierdinger erledigt, die noch gemacht werden müssen, die noch anstanden. Das muss ich im Übrigen heute auch noch weitermachen. Das darf ich nicht vergessen, in der ganzen Aufregung ist es noch nicht erledigt und noch nicht fertig. Ja, und dann habe ich sozusagen gedacht, dass wir dann nach Kiel fahren. Und dann hat mein Mann gesagt, dass er aber, ja, dass wir gerne noch, dass er gerne nochmal mit mir zusammen spazieren gehen wollte. Und ja, gut, dann haben wir nochmal mit Miley einen großen Spaziergang gemacht, Richtung unserer, unsere Freunde. Die hatten Mittagsschlaf gehalten. Und in der Zwischenzeit haben wir gesehen, dass hier bei uns im Dorf das Haus, welches wir schon länger besichtigen wollten, das ist mit Gewerbe drin, da ist unten ein Gasthof und das steht zum Verkauf. Das wollten wir die ganze Zeit, also seit Wochen schon einmal besichtigen. Und mein Mann hat schon ein paar Mal gesagt, ich sollte, ich hatte euch auch schon mal von erzählt, wir haben von außen geguckt und diesmal wollten wir eine Innenbesichtigung machen. Und dann sind wir rein und haben gesagt, haben wir einen Kaffee dort getrunken, weil die Gastronomie war auf. Und ja, dann haben wir ein ganz nettes Ehepaar da vorgefunden, denen die Gaststätte gehört sozusagen. Wir haben überall gucken dürfen, haben uns alles angeguckt. Sehr, sehr beeindruckend, sehr alt noch. Und es ist schon, weiß ich nicht wie viel, also über 100 Jahre, ich glaube sogar 150. Nee, seit 1700 hat er gesagt. Seit 1700 steht der Gasthof schon. Also es ist wirklich ein sehr geschichtsträchtiges Haus. Die haben teilweise sehr viel erneuert, als sie das gekauft haben, vor 20, 25 Jahren, glaube ich, haben sie erzählt. Ja, der Mann hat uns sehr freundlich überall rumgeführt. Meili habe ich im Arm gehabt. Ja, und damit sie nicht überall rumläuft, weil es ist ja doch Gaststätte gewesen. Und ja, dann haben wir uns noch hingesetzt, haben noch einen Kaffee zusammen draußen getrunken, haben uns ein bisschen kennengelernt. Und ja, das war sehr, 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 sehr schön. Da waren wir schon beeindruckt. Für Meili natürlich auch, die ja sonst eigentlich nie mitgeht zu solchen Geschichten. War das auch ein bisschen aufregend, da meine Herzen sich dran gewöhnt. Und dann haben wir gedacht, gut, jetzt sind unsere Bekannten sicherlich aufgestanden. Laufen wir da zu Fuß hin? Das ist echt weit. Drei, vier Kilometer sind das. Aber wir haben gedacht, okay, das Wetter ist so schön und deswegen bin ich auch so rot, weil ich habe mir da bestimmt einen Sonnenbrand geholt, wie man es sieht. Aber ja, das habe ich gar nicht gemerkt, muss ich euch sagen. Naja, und dann haben wir unsere Bekannten gesehen. Die sind mit dem Auto an der Landstraße vorbei und haben uns gesehen. Meili war durch die Felder und ich habe euch dahin die Äpfel gezeigt. Oh mein Gott, hier ist es ja so, dass sich die Bürger die Äpfel pflücken dürfen, wenn sie reif sind. Und hier gibt es so, so viele Äpfel überall am Wegesrand, habt ihr ja gesehen. Und die sind noch nicht ganz reif. Aber mein Mann hat ordentlich schon gegessen, erkennt er nichts. Genau, und dann haben wir unsere Bekannten gesehen. Die mussten Briefe hier einwerfen und kamen dann wieder zurück, haben uns mitgenommen. Eigentlich haben wir gesagt, nein, wir gehen zu Fuß zu euch und wollten noch ein bisschen spazieren. Wir haben gesagt, nein, hier ist eine Bienenausstellung. Da sollten mehrere Imker ihre Stöcke vorführen und ein bisschen was darüber erzählen. Und unsere Bekannten hatten Bienen, viele Jahre lang, haben sie aber jetzt verkauft, vor längerer Zeit schon, und überlegten sich einen neuen Bienenstock zu kaufen und wollten sich da erkundigen. Haben sich aber leider, naja, wir sind dann ins Auto rein mit Meili, das ist ein großer Lieferwagen, habe ich ja auch so ein bisschen mit aufgenommen, die Fahrt dann. Ich musste aber ein Voice-Over machen, weil sehr viele private Dinge erzählt wurden. Eigentlich sehr schade, weil die sind sehr, sehr interessant, was die Leute immer erzählen. Und ja, denn Meili fand das erst ein bisschen erstaunlich, aber nachher hat sie sich richtig eingewöhnt. Erstmal war es schwierig, also wir hatten das Gefühl, dass ihr übel wurde, weil also ich glaube, sie hätte, also wir waren da gerade angekommen und dann war es ganz schlimm. Also ich dachte, sie muss sich jeden Moment überlegen. Mein Mann hat sofort die Tür aufgerissen, als wir da waren. Meili raus und dann war auch alles wieder gut. Sie hatte auch Durst. Wir haben ja dann zu Trinken gegeben, war ja sehr, sehr heiß. Wir haben aber auch schon im Gasthof, durfte sie natürlich auch trinken, haben wir auch was hingestellt. Ja, also das war sehr, sehr schön. Ja, leider waren die Bienenstöcke nicht mehr da, weil die dachten, das sei auch am Nachmittag und war aber nur am Vormittag. Da war da keiner mehr. Aber das war nicht schlimm. Dann haben unsere Bekannten gesagt, die würden uns gern zum Essen einladen. Und dann sind wir sehr, 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 sehr weit gefahren zu einem Ort, von dem ich euch da ja dann in meinem Vlog auch erzählt habe. Das war unheimlich interessant. Was ich so schön fand, war auch der kleine Wald. Ich glaube, ich habe euch das auch, ja, habe ich euch erzählt, an dem im Zweiten Weltkrieg die Soldaten, die gefallen sind. Dort sind denen Gedenksteine errichtet worden. Also jeder Baum mit einem Stein und einem Namen der gefallenen Soldaten dort. Ja, das war ja Ex-DDR-Gebiet da. Also es war sehr beeindruckend. Solche geschichtsträchtigen Denkmäler sozusagen zu sehen. Wir sind zwar nicht ausgestiegen, weil wir essen gehen wollten und das für Miley auch schon alles sehr aufregend war und wir hatten noch Hunger. Und aber wir haben ein Vorbeigehen geguckt. Sehr, sehr beeindruckende Geschichte alles. Ja, und dann sind wir noch durch das verlassene Dorf, durch das geschlossene Dorf gefahren, habe ich euch auch erzählt. Also sehr beeindruckend wirklich. Und auch, ähm, die Lokalität war sehr schön, wo wir gegessen hatten, habe ich euch ja, ähm, dann auch gezeigt, was wir gegessen haben, aber habt ihr die Preise gesehen? Und Leute, für einen Steak, ne? 27 Euro, das ist ja Wahnsinn. Und das war ja wirklich nicht viel, ne? Naja, ähm, aber groß war die Auswahl nicht, auch für mich nicht. Es gab zwar drei vegetarische Gerichte, aber hatten ja alles nicht so zugesagt. Ich esse ja kein Fleisch. Und, ähm, die Nudeln, ja, es waren halt Nudeln mit Pesto, ähm, und das war auch nicht so lecker. Meins jedenfalls, nee, es war, ähm, okay. Aber, ähm, ja, also nicht viel Geschmack drin, kann man nicht anders sagen. Ja, aber ansonsten war die Lokalität wirklich sehr schön. Wir haben lange gesessen, wir haben uns lange unterhalten und unsere Bekannte, das ist eine, die ist jetzt, ähm, wie alt ist sie? 85? Das ist eine solche Persönlichkeit und die hat so viele Dinge in ihrem Leben gemacht und erlebt, ja, so viele Dinge. Es ist eine unheimlich arbeitsreiche und sehr, sehr erwissende Frau. Ähm, wir sind beeindruckend, was sie mir wieder erzählt hat. Ähm, ich hab, ähm, so Lust, ähm, über sie ein Buch zu schreiben, weil das so wahnsinnig, ähm, interessant ist, was diese Frau in ihrem Leben gemacht hat. Und nun gehe ich nach Alanya, sonst hätte ich sie mal gefragt, ob wir uns öfters, ähm, ob ich öfters vorbeikommen kann mit Malie und immer ihre Geschichte aufschreiben kann und da ein Buch draus zu machen. Ähm, weil das ist so wahnsinnig beeindruckend, was, ähm, manche Menschen in ihrem Leben leisten. Ja, die Frau hat noch, äh, Firmen gegründet mit, äh, 70, äh, und 3, 2 bis 73 hat die Baufirmen, äh, geleitet. Sie hat ja mehrere, sie hat Hunde gezüchtet, sie hat, äh, oh mein Gott, was hat die Frau alles gemacht, ich sag's euch. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da über alles zu berichten darf, aber das ist wahnsinnig. Wahnsinn. Ja, jetzt ist sie sehr alt geworden, ähm, ist auch nicht körperlich nicht mehr so ganz, ähm, gut, aber sie ist noch, ist noch in Ordnung, habt ihr ja auch, glaube ich, ab und zu so ein bisschen gesehen. Ich bin geflasht von, von so viel Power, ja, eines Menschen bis ins hohe Alter, ne, und die will auch heute noch, äh, schaffen und machen und tun, ähm, wir haben sie gefragt, ob wir das und das mit zusammen machen. Ja, und ja, so vor, und sagt sie, ja, wir sind wirklich eine Wunder, tolle, schöne, auch der Mann, also es ist sehr beeindruckend, wie manche Menschen bis ins hohe Alter arbeiten, ne, und schaffen wollen und auch schaffen und machen und tun. Ja, und dann haben wir, nachdem wir dann gegessen haben, sind wir dann in das geschlossene Dorf gefahren, haben wir durchgefahren, so an der Elbe lang. Und dann noch den weiten, weiten Weg wieder nach Hause, aber Miley hat das gut gemacht, also im Lieferwagen hat sich nachher dran gewöhnt, sie hat ja auch ein bisschen ja gegessen bei uns mit und, ähm, dann war alles okay, also sie fühlte sich da jetzt pudelwohl, das war wohl nur am Anfang, die Überlastung und die Aufregung. Ja, und dann, ähm, sind wir noch zu unseren Bekannten wieder gefahren, haben dort noch im Garten gesessen und auch das war wunderschön, haben uns weiter unterhalten, die Frau hat mir weiter erzählt von ihren, äh, Taten und sind dann sehr, sehr kaputt und sehr beeindruckt von einem wunderschönen, ähm, Sonntagnachmittag wieder nach Hause gekommen. Ich bin, ähm, ich bin, ähm, uns noch ein bisschen auf die Terrasse hier gesetzt, haben uns noch ein bisschen Revue passieren lassen und sind dann, aber, oder ich bin tot ins Bett gefallen, ähm, hat mich aber irgendwie so die ganze Nacht vom Husten geplagt, Ich hab auch heute Morgen viel gehustet, ich hoffe, dass ich da, oh, nichts ausbrüht. Ja, mein Lieben, ähm, da war für euch gestern, ähm, mal ein bisschen anderer Tag, ich hab jetzt nicht ganz so viel, ähm, ja, erzählt, ähm, weil das geht halt nicht, wenn man irgendwo zusammen mit Bekannten dann auch, ähm, ähm, sich unterhält, ist es auch so, dass es, äh, ja, auch nicht so gern gesehen wird, wenn man ständig das Handy, ähm, raus holt, ähm, das sind ja Dinge, die ältere Menschen auch nicht so gerne mögen. Ich hab trotzdem einiges gefilmt, aber, ähm, nicht so viel erzählt. Mein Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, ich hoffe, dass, ähm, das auch mal Spaß gebracht hat, auch für euch, und, ähm, muss mal gucken, wie ich den Sonnenbrand hinkriege, oh mein Gott, ich sehe ja furchtbar aus, da war zu viel gestern wahrscheinlich der Spaziergang in der Sonne, weil, sonst war ich ja gar nicht in der Sonne, wir saßen ja, äh, unter den Schirmen draußen, haben wir draußen auf, äh, dieser Terrasse dort, ähm, gegessen, wirklich sehr, sehr schön. Mein Lieben, danke schön fürs Zuschauen und bis bald.